Ich bin reingekommen in den Saal und habe geheirrt im Red Yiddish. Ich habe gemeint, dass ich, wenn er gebeten hat, er soll da sein, hat man nicht gesagt, dass ich darf reden im Yiddish. Und jetzt sehe ich, alle und alle reden im Yiddish. Und ich bin der Einzige, der von einem Englisch verdacht hat, er redet in Englisch. Ihr seid nicht schuldig. Ich bin der Neue und eine Neue und eine Neue in dem Jahr am Nasson mit ihm. Ich bin auch einig, was von Weisiembruch ist, ich bin der Einzelnen von Weisjirraa und ich bin der Einzelnen von Weisjirraa. Ich bin der Einzelnen von Weisjirraa. Ich habe geschrieben, was ich will zu erklären, ist in Englisch. Ich darf verstehen, jetzt habe ich in der Firma mit meinen Koppel. Das Nomen ist Lewin & Lewin in Washington. Das Nomen ist Miller, Cassidy, Leracca & Lewin. Alle sind in Göttingen. Das Nomen ist von der Firma. Und das ist ein dream mayoralty-ticket in New York City. Miller, Cassidy, Leracca & Lewin. Das Nomen ist der Nomen in der Name von der Firma. Das Nomen ist der Nomen von der Firma. Das Nomen ist der Nomen von der Firma. Aber ich sage einfach eine Verstattung. Meine Klienten sind von rechts zu links. Das Nomen ist in Englisch. Dear friends of Shalom Mordechai-Rabashi. You are the dust of the earth. In Hebrew, Afar Haaretz. How did Bilaam praise the Jewish nation in the center we read this week? Mimana Afar Yaakov. In promises to Abraham Yitzchak and Yaakov, Hakodosh Baruch Hu said, We would be like dust. Vasanti et Zarakah kafar Haaretz. And like stars in the heaven and the same by the sea. And like stars in the heaven and the same by the sea. And like stars in the heaven and the same by the sea. Why? Let's put it back in.